Hallo, willkommen im Nachrichtenkanal Borussia. Es freut mich, dich hier zu haben. Abonnieren Sie den Kanal, um über alles, was in Borussia, unserem Herzklub, passiert, auf dem Update zu bleiben. Ohne weitere hinzufügen, erhalten wir die neuesten Nachrichten von Borussia. Matthias Sammer lobt Niklas Füllkrug von Borussia Dortmund für seine Leistung in der Champions League. Deutschland-Legende Matthias Sammer lobte Niklas Füllkrug für seine Leistung gegen Newcastle in der Champions League. Anlässlich des sehr wichtigen Sieges von Borussia Dortmund in der UEFA Champions League gegen Newcastle erhielt der deutsche Stürmer Niklas Füllkrug am Ende Lob für sein erstes Karriere-Tor. Sein Tor führte teilweise zum Triumph der Dortmunder und wird hoffentlich ein Zeichen für die Zukunft des Spielers auf Vereinsebene sein. Zu denjenigen, die Füllkrug überhäuft haben, gehört auch die deutsche Legende Matthias Sammer, der feststellte, dass Füllkrugs Leistung vorbildlich war. Der Spieler wurde geholt, um die Schwarz-Gelben als Führungskraft zu verstärken, und tauchte, wie Sammer feststellte, auf der europäischen Bühne auf. Sie, Füllkrug, haben ein Zeichen gesetzt. Sie gewannen Kopfball-Duelle gegen zwei Ochsen und legten diese zur Seite. Und das trägt ein Team. Ein großes Kompliment. Füllkrug selbst bemerkte, dass sein Ziel vom kollektiven Hunger der Mannschaft befeuert wurde. Seine Teamkollegen spielten eine große Rolle dabei, was er schnell betonte. Wir haben im Vorfeld des ersten Tores zweimal fast den Ball verloren, aber wir waren hungriger als der Gegner, und so haben wir das Tor geschossen, das zufällig mein erstes Tor vor der gelben Wand war. Trotz des feierlichen Charakters des Sieges erklärte Füllkrug mit Blick auf die Zukunft, dass er und seine Teamkollegen sich bewusst seien, dass es noch viel zu tun gebe, um ihr Spiel zu verbessern, räumte jedoch ein, dass ihre harte Arbeit im Wettbewerb sie in eine hervorragende Position gebracht habe, daraus Kapital schlagen. Als Team gibt es Situationen, in denen wir Raum für Verbesserungen haben, aber wir haben heute gegen eine Spitzenmannschaft gespielt, es war eine tolle Reaktion nach Samstag. Das Ziel zeigt, wie wachsam wir waren. Wir haben sofort gekontert und uns das Tor verdient. Wir haben uns dank harter Arbeit in eine großartige Position gebracht und haben es nun selbst in der Hand. Das ist das Wichtigste. Was hätten Sie davon gedenkt? Bleiben Sie auf dem Laufenden, denn ich bin jederzeit wieder da und bringe Ihnen weitere Neuigkeiten aus der Borussia. Bis später.